Ich habe damals einen Tanzkuss gemacht und habe gemerkt, dass ich das gar nicht cool fand. Ich habe keine Steuerung. Richtig. Was spielen wir hier überhaupt? Favela suchen uns der Steuern. Das ist die Map, die gebannt wurde aus dem Online-Bereich. Die geändert wurde. Naja, wegen der Moa mit Karikatur im Klo. Oh Gott! Ganz komische Tasten. Neben dem Friseursalon und im Friseursalon sitzt einer. Oh, daneben sitzt einer. Ach komm! Wir sind hinten bei denen an der Straße. Schön, Jay. Jetzt muss ich doch, hier habe ich die richtige Taste. Wird ja angezeigt. Ah, ok. Da steht ja auch, halten sie F gedrückt. Wollt er den doch nicht, ey. Ich muss die Steuerung ändern. BOMBEN CHEVIFT! Der neue Installation ist immer geil. Auf welcher Nation kommst du denn heute? Die man dann gerne vergisst. Oh ja. Aber er ist ja kein Problem. Wir haben die Bombe! Hä? Was ist denn hier die Granate werfen? Da spielt eine Granate. Sehr schön. Ja, das funktioniert schon mal. Jetzt bin ich wieder eingestellt. Ich bin wieder eingestellt. Oh! Oh Gott! Einer ist auf dem Dach drauf. Ok. Scheiße. Mal rotz er mich weg. Schönen Headshot gesetzt. Und einer ist B-seitig. Ach, Scheiße. Wo kommt der denn her? Ist der Pinta dir? Ist der, ist der, ist der, der ist bei, bei A. Äh, ja, der ist bei A. Guck mal, du machst halt, oder? Versuch's mal. Nach TTT bin ich ein bisschen Delay mäßig unterwegs. Was? Der hört sich doch auch Delay mäßig gerade an. Der ist nach B gelaufen. Ich meine, sind meine Augen noch so ein bisschen... Shibashi. Der ist nämlich kurz das Bild gerutscht. Ich meine nämlich auch, da oben war Wawad, Mann. Niki Hagi. Was ist das Bild gerutscht? Der ist nämlich kurz das Bild gerutscht. Oh ja. Der Hadi, der macht das. Sehr gut. Nach zwei Runden 1-1. Das suckt. Um nochmal auf deine Tanzkurs-Sache zurück zu kommen. Ich glaube, wir lernen da morgen wahrscheinlich so ein langsamer Walzer oder so eine Kacke. Oh, das ist doch schön. Na, 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 na. Nee. Alter. Puh, das war der Kind. Ja, gut. Ich wüsste schon gar nicht mehr, wie weit es da geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Damit hab ich mich gemäht. Ah ja, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um. 0. Wunderschöner Wurf. Ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass du wieder zurück rennst. Ich wusste nicht mal, ich habe niemanden gesehen. Kein Verdacht. Also Peter, mich hat eine Granate oben auf dem Dach getroffen. Ja. Ich hätte aber nicht gedacht, dass du wieder zurück rennst. Äh. Boah, Sepp ist wieder außenrum bei A gegangen. Wir spawnen uns am spawnen. Was? Was ist doch wohl ein Witz? Das ist doch mal ein Witz. Das ist jetzt wieder die Deathcam des Todes, ey. Hast du automatisch nachgeladen oder manuell? Weil soviel hast du... Guck mal, dass das Dach daneben war, ey. Das ist ja wohl ein Scherz. Echt ein Witz, ey. Ach, da war noch einer. Aha, okay. Ja, ich wollte die Risse verloren. Geil, ich habe nur drei, Alter. Gut, das war. Ja, ist halt nicht jedes Spiel TTT, Bra. Na, wobei, da hat er ja auch abgebaut, ja. Einer ist oben auf dem Dach. Boah, der macht mich... Passt auf, dass euch keiner von hinten fickt. Einer ist bei A und im Gang. Oh, der ist hinten aus dem Sporn. Heiße, einer ist schon bei uns seitig auf dem Dächern drauf. Bei dem, äh, Salatfeld. Denk ich's jetzt, was? Der ist Richtung A. Salatfeld hat mir gereicht. Hinter dem roten Backsteinhaus ist der. Der ist hinten aus dem Sporn im Backsteinhaus. Oh, leider gewagt. Alles schilexig. Was? Alles schilexig. Ich wurde gemessert in der Mitte. Bram ist, äh... Ach, komm! Jetzt könnte schon noch bei uns am Sporn sein. Vielleicht aber auch nicht. Oben auch unser Nachfeld. Der ist Richtung A unterwegs. Los! Nein! Der war bei B. Hinten bei denen am Sporn noch bei den Autos. Wamm war A. Der schnitzelig. Aber da leckt der TS oder, oder leck ich, oder? Ne, der TS leckt. Echt? Echt? Auf jeden Fall. Wir haben auch einen durchschnittlichen Paketverlust gerade gehabt. Vor allem im Spiel von knapp 4%. Oh, hoppala. Na, ist okay. Echt? Bei mir leckt der gar nicht. Bei mir auch nicht. Macht der aber schon seit TTT. Okay. Schauen wir mal Dummy auf die Finger hauen. So geht das aber nicht. Äh, extra umgezogen für den TS. Ja, weiß nicht. Dann zackt der richtig. Bollt. TTS-Server. TTS-Server. Oh. Ja. DRECKSAU! Boah. Oh. Zwei Leute A. Einer geht B. Einer geht B. Christian ist im Friseursalon. Dann ist das Zip der B geht. Jay und Peter auf A-Seite. B und Peter auf A-Seite. Die Bombe wurde platiert! Jay und Peter waren auf A-Seite. Haben da geplantet. Okay. Einer ist im Haus drinnen. Hm. Zwei sind's noch. Einer noch. Ach, man! Schön. Nice! Easy. Guck mal, der schringt sich mal ein bisschen an, ja? Lass die mal richtig zerstückeln, die Lappen da. Ja. Und die vier zwei. Ah, richtig zerstückeln. Ja, lass die mal richtig zerstückeln. Sepp, lass die mal richtig zerstückeln. Peter, lass die mal richtig zerstückeln. Peter, lass die mal auseinander nehmen. Viele kleine Mett-Stückchen. Ami! Suchen und zerstückeln. Boah, so ein Hadi-Bram-Chris-Mett. Ne. Bäh. Dann weißt du gar nicht, was du da alles drin hast, ne? Ja. Achtung! Eigentliche Vorrede! Au! Der ist schon im Friseursalon drinnen. Wie kam der denn da hin? Oh, der muss sich seine Kiste holen. War doch eine Sau, oder nicht? So wollte er hat. Oh, Mann. Eine Nutte von hinten kommen. War das Chris? War das Chris? Der kommt von oben! Boah, da hat sich der Bram-Bram ist hinter soem Auto, aber hat sich jetzt schnell wieder wegbewegt. Scheiße. Keine Ahnung, wo der ist. Der lügt. Fast one on one, Jay, ne? Ja. Oh, shit. Oh, mein Gott! Das war so knapp. Ich dachte, der hätt sich da links um die Ecke verpisst. Alter. Schieß dir einfach gemütlich in die Knie. Scheiße. Der Jay hat mich noch nicht genug motiviert, so geht halt nicht. Bist du mein erster? Na gut. So, so Lenden, so Lenden von, von Bram. Oh, shit. Alter. Bram ist bei den Sepp mehr motivieren. Wo ist Bram? Du bist ein Doppeländer und nicht nur ein Länder. Oh Gott! Der ist mir da runtergefallen. Einer ist in der Mitte. Auf dem Dach drauf gewesen. Das wird natürlich hart. Oh Gott! Da hat er mich noch geholt. Komm doch von hinten. Nochmal härter. Okay, lass doch mal das trotzdem mal zerstückeln. Der guckt nach dem du halt gesagt hast. Möchten wir nicht zerstückeln. Ja was denn? Ich wollte einfach nur sagen, dass wir die zerstückeln so sollen. Oh, schieß einfach drauf. Warum nicht? Nicht zu locken. Oh oh. Feuer! Piep 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 piep. Ja. Immer angucken. LOL. Trotzdem ich weg. Wieso war der nicht geflasht? Der war geflasht. Nice. Okay, aber ich habe immer zwei noch geholt. Das stimmt allerdings. Alter Vater ey. Ich hab ja noch zwei weggemacht da. Scheiße. Quatsch, alle drei. Ich hab fast den dritten geholt ey. So Leute, so will ich das sehen. Ja, der Jay, der dreht auf hier. Ihr habt die Runde verloren, das ist ja klar oder? Ja, so will ich das sehen. Aber halt 30 Sekunden Zeit und noch versuchen halt. Noch kommen. Alter zackt jetzt gerade tatsächlich. Das ist echt scheiße. Aua. Der war blöd, der war in der Mitte. Mann, das hat hier einer nicht mal sehen können. Oh oh. Der ist auf dem Haus drauf. Oh Gott. Das ist aber frech. Aber der ist da runtergesprungen. Ach. Der steht schon in der Ecke. Oh. Wie lange, wie lange das jetzt da hergelaufen wird. Ich bin jetzt in der Etage tiefer erst missen. Und irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen und du bist ganz oben. Okay, lass sie hoch gewinnen lassen. Alter, wie der den Abflug macht, ey. Lass ihn richtig hoch gewinnen lassen, dass keinen Punkt mehr holen. Okay. Lass richtig stacken. Ja, was habe ich denn jetzt hier für eine Klasse drauf? Hm. Das ist aber selber ausgewählt, oder nicht? Hm. Ja, vorhin noch so in Panik, weil ich weg von dem... Brauch schon eine eiskalt Klasse. Ach kommt Jungs, wo seid ihr denn? In the middle. Danke! Boah Sepp ey, du stand 7-3! Ja und dann kamst du mit deinem scheiß Moralpredig-Ding da. Ich dachte früher das mal gut! Hadi, stand es mal 3-0! Ja, schlägst dich mal, alles cool! Ich möchte einfach nur, dass du am Ende glücklich bist und sagen kannst du bist der Geilste. Na, das brauch ich gar nicht so sehr. Nicht? Ich bin gemessert worden, A-Seite. Den Garten durch. Ohhhh! Was war nice. Was ein scheiß Timing. Man dürfte beim Spawn kommen. Ach komm Sepp! Der ist in dem Trümmerhaus da drin. Ach da drin? Ja. Nice Sepp! Ach da drin? Oh mann. Pieße Sepp! Geht doch. Ja du und deine scheiß Moralpredig mal stillhalten. Ja ich halt die Fresse Mann jetzt streng dich einfach an. Und Pena, sei mal positiv. Ne, ich will das machen, was du gesagt hast zuletzt. Darauf arbeite ich jetzt gerade. Okay, lass dich zerficken. Ne, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es nicht mehr möglich nochmal zu ändern. Verständige Hip und Hop, ja? Ja, das kann ich so nie unterstützen. Ey, wir haben hier zwei als Hip-Hop nicht unterstützen. Na gut, du findest Rockstar ja auch scheiße hast du ja immer gesagt. Aua! Einer ist durch die Mitte zu unserem Spawn bei A. Nein. Dann dieses Haus. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Peter sitzt da auch in der Ecke, Bro. Mann, Mann, Mann. Das ist aber ganz schön knapp. Boah, der war ganz schön knapp. Oh. Da müsste wohl noch B. Was? Direkt drauf. Da war ja auch die Megataptik sich direkt neben die Bombe zu legen, Alter. Jo. Ich geh das ja. Loil. Boah, der hat sich eingesmoggt. Na voll geil. Voll geil, Junge, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann, voll viel Rauch, Alter. Hehehe. 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 So, kommt, Jungs. Suchen und frittieren. Echt jetzt, Bram? Warte, jetzt? Jetzt verlieren wir. Kommt, ne, einfach nur kommt, Jungs, lasst du weiterspielen. Boah, was ist denn da? Wo kam der denn her, Alter? Die Bombe liegt hier im mittleren Haus. Mittleres Haus. Ah. Nice! Ja, genau. Woo! Das war richtig smakelig. Verwalter, ja. Christian! Was glaubst du denn her? Du hast den nur gesehen! Ne, ich hab den hinten gesehen. Aber geil. Das war nicht der, dahinter war noch einer. Da war keiner mehr. Das kann ich sagen. Den anderen hast du das an sich gerade gesehen. Ja. Der stand nämlich unten, vor der Bombe. Das Team zerstören. Hauen wir mal die Drohne raus hier. Einer ist im Eissalon. Hm. Herr Rex, er wollte gerne gehabt, du kleine Nutze. Nice, ich konnte nur wechseln, ja. Hätte ich wirklich gern gehabt, Tati. Da dachte ich mir, hole ich mir den doch, aber... Du bist ja da hinten bei A sitzt, Anna. Ja, aber so läuft halt nicht. Der Drohne ist weg. Och Mann! Der ist schon mal weg. Der war daneben? Im mittleren Haus oben ist Johnny. Du bist der letzte! Bring die Mission zu Ende! Ganz oben, wo der. Oh Leute, auf der A-Dach! Dann ist Scepter auch noch. Wow, Sebastian. Ich weiß nicht, wo du steckst. Ich muss doch nicht wissen. Ach komm, da war voll die kleine Löse. Ich wollte es erst nicht sagen, um dich nicht zu verraten. Scheiße. Hä? Der Rettensprung hat leider nicht gerettet. So, weiter wie bisher, Team. Alles cool. Ja, rennt bloß nicht der Bombe hinterher. Immer ne gute Entscheidung. Ach komm, Hadi, als wenn du das sonst tun würdest, ja? Willst jetzt echt Moralapost mit Jesus Christus der Zweite werden? Ich wurde gemessert in der Mitte. Du musst mit der Bombe auch nach vorne rennen. Da ist der Trick dabei, Hadi. Ja, der war direkt bei mir. Ich mich das gerade ab, ey. Hoppala, unser. Der sitzt auf dem mittleren Dach. Höhöhöhöhöhöhö. Ne, nicht ob der mit da hinten, an der man spawnen darf. Ach komm, Mann! Okay. Ach komm, Mann! Ich hab mich voll entschrocken, ey. Tut mir voll leid, Christian. Ich hab da noch jemand anderes gesehen. Nein, es ist ja nichts passiert. Du bist ja gestorben, aber... Ich fand's mega geil, wie du da runter gesprungen bist, Bram. Das sah ziemlich cool aus, Jace. Beispiele. Ja! Wenn ich jetzt noch überlebt hätte und jemanden gekillt hätte, wäre das noch viel cooler gewesen. Ja, stimmt allerdings. Das Ziel verteidigen. Wir müssen das Ziel zerstören. Ja. Alle beide. Wir sind A-orientiert. Richtig hart. Penster. Ach komm, am spawnen, Mann! Ich könnte brechen. Leute, am roten Backsteinhaus. Ach, ich seh den einfach nicht. Der war hinten am Auto. Am Backsteinhaus ist er irgendwo. An dem roten Backsteinhaus. Nicht an dem, Hardy. Okay. Pfff. Nicht an dem. Oh, der... Ach, Mann! Der war wohl an dem, du Arschloch! Sorry. Vorhin war der noch an einem anderen. Aaaaaaah. Tut mir leid. Warte ich schon nicht mal ein bisschen an. Ja, Maul. Jetzt muss Christian dann alleine machen. Boah, voll cool, Alter. Wie alle neutral sind im Gegner-Team. Außer Jay. Der ist scheiße. Ja, stimmt. Jay ist echt scheiße. Oh, ganz cool! Jetzt nicht mehr. Da steht der auf einmal vor mir. WTF, ey? Ihr könnt kotzen. Ich wollt mich langsam vorarbeiten, Christian. Ohne Zielen, Christian, ey. Die Entfernung, ey. Die Scheißspiele, ey. Voll unrealistisch. Ach, shit, ey. Da hätte ich ja mal treffen können. Alter, das ist noch am Auto auf B-Seite. B-Seite ist an einem Trümmer auf. Gewöhnt's. Im, äh, Trümmer auf. Ach, ihr habt die ganze Zeit dahin gezielt, Mann! Auf A-Seite. A lang. A lang ist der. In dem komischen roten Haus da. An dem roten Haus. Da rennt auf dem A-Dach zu A. Jetzt musst du drauf gehen. Jetzt musst du drauf gehen. Jetzt musst du drauf gehen. Uh, ha, 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 ha. Und dann bin ich drauf gegangen. Jetzt pläten wir A sofort. Oder rennst du mit dem Spot. Das ist hart. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich muss echt voll jetzt langsam so... Guck mal einmal bitte Richtung Bombe... Einer, Sepp. Ich dachte jetzt schlecht. Ich wusste, der ist am Haus entlang gelaufen. Ah, okay. Ach so. Der ist an dem Trümmerhaus. Ich meine, Sepp, ich hätte ihn da gesehen. Er war dann in der Ecke. Ich finde, Leute, die tot sind, müssen ab sofort auch die Schnauze halten. Das sind jetzt Zweiter, im Ernst, in der Mitte. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist noch einer. Jay ist da auch noch. Jay war da auch noch. Der war da noch. Jay ist da auch noch irgendwo. Nein! Warum erzähl ich denn eigentlich? Ja, wie scheiße seid ihr denn? Fick nicht, Alter, du bist letzter! Ja, und dann sterbt man nicht so schnell, ey. Hint mal wenigstens einen mit, ey. Alle drei ist scheiße. Der hat auch alle drei mitgenommen. Ja, super. Oh yeah. Und ich habe auf Jay geschossen. Ich habe viel beigetragen. Ich habe Jay gesehen. Alter, was denn das jetzt bitte für eine Reaktion gewesen ist. Rennen wir vor meinem Kind. Macht mir Schaden. Ach, du bist doch so behindert! Nein, du bist ernsthaft hinter mir gelaufen. Ja, Mann! Und du bist vor mir gelaufen! Der andere ist in der Mitte im mittleren Haus, glaube ich. Oder so. Ja, Bram, zeig mal, ob du kannst. Du bist ja immer so ein MW2-Gott. Ja, aber jetzt rückwärts nicht am Wörtern. Ja, das Maul. Jetzt hau mal einen raus. Wenigstens einen Kill! Ach, einen? Okay. Einen hört sich irgendwie machbar an. Ja, einer wenigstens. Wow, Bram, nicht mal den, ey. Der ist im Trümmerhaus. In welchem von denen? Komm, Bram, einen. Der ist im B-Trümmerhaus. Ja, ich versuch einen. Wenn du keinen schaffst, dann bist du richtig scheiße in dem Game. Ja, okay. Aber richtig scheiße. Das dürfen auch alle Zuschauer in die Kommentare schreiben. Wenn du das jetzt nicht schaffst, wenigstens einen Kill zu machen. Boah! Wenigstens einen, ey. Wenigstens den verkacktesten aus dem anderen Team, ey. Ja. Alter! Boah! Bram, Alter! Wenn du jetzt noch den letzten schaffst, dann... Glaub der ist Richtung B gelaufen. ...kristest du sogar einen kleinen Clap von dir, ey. So anerkennend, weißt du? Ich krieg einen kleinen Clap von dir. Ja, dann klatsch dich so... Ja, ich klatsch zweimal in die Hände für dich. Echt zweimal? Ausnahmsweise, ja zweimal. Ohne Spaß, du verwirrst mir das danach. Nee, ich mach das. Nice. Sorry, aber... Zu viel verhandelt. Weißt du, ich hätte mehr konzentrieren sollen. Sehr schön. Ach ja. Boah, du bist negativ, Alter! Ja, was denn? Ich bin damit nur leider so ein richtig krasser Chavo bist, ey. Ja, das weiß ich. Wir schrauben die Bombe. Oh, komm! Der steht bei Arm-Spot! Nee. Boah, Bram, was war das denn für ne Aktion? Ja, muss ich mir von den Krüppelfürze sagen lassen, oder was? Das ist der letzte... Lass den... Lass den 10 bitte machen. Also, ich würd mal frech behaupten, die Bombe liegt bei A. Ich hab jetzt zwei Leute gekillt, die Chance ist relativ hoch. Ja. Nachgucken ist nicht drin, hört. Ja, geh ja nicht nachgucken. Nachgucken ist nicht drin. Ja, nachher kommt ja die Ecke und rotz mich weg. Das eine Leiche hat schon mal keine, muss die andere nur. Eine andere war hinten am spawnen bei denen. Au. Der hat auch die Bombe. Hat der nicht? Nee, was ist das? Das ist ein Satz-Water. Ach, das sind Magaziner, die haben der Rollhaut. Das hab ich noch nie gesehen. Also, nächste Runde... Also, nächste Runde... Wie viel Magaziner's wären dabei? Guck mal nächste Runde einen neuen. Ja, mach mal, mach mal ein paar weg. Guck. Ist gerade einer runtergefallen. Ja, das war ich. Ah, der ist, äh, Frisur. Alter, war ich schnell tot. So, Alter, zeig mir mal, was für ein geiler Krüppelfotz-Mongo du bist. Ich zeig dir jetzt mal, was ich für ein Splasher bin, oder? Ja. Du geiler Snüffler. Ja, pass mal auf. Was machst du eigentlich den ganzen Tag, Ali? Rumsnüffeln. Absnüffeln. Rumsnüfflern, Alter. Ja. Und wenn dat nicht geht, dann ist das halt immer noch Snifflers Mom. Keiner rüber zum D-Toma-Haus. Lol. Äh, Friseursalon? Und der andere sitzt im mittleren Haus obendrauf. Ja, der andere ist ein Trümmerhaus drin. Mittleres Haus obendrauf, Friseurs tot. Ach, komm! Richtig geil. Ach, ihr seid so scheiße! Alter, du hast 13,15, ja? Saug dir mal selbst an deinen komischen Tellernippeln an, ey. Eigentlich hat Ali das nicht mehr verdient zu gewinnen. Warum? Nein, komm Christian! Nicht gegen's Team Affair jetzt! Ich weiß, dass du sowas sehr, sehr gerne machst. Was? Ich hab mal nachgedacht, ob ich uns nicht einfach alle selbst richte. Warum solltest du uns richten wollen? Ach, komm schon! Warte, du bist so scheiße! Ja, du bist scheiße! Das stimmt nicht. Mach mal ein paar Kills, Alter! Deinen lächerlichen 17,16 da, ey. Weißt du, wenn du normalerweise gegen Hadi spielst, ist der richtig gut. Und wenn du mit Sepp spielst, ist der richtig scheiße. Ja, Mann! Ja, Mann! Scheiße, Scheiße! Und noch Bram überholt, so muss das sein. Ja, Bram ist halt einfach ein Lappen in dem Spiel, ey. Ja, du bist einfach, du bist einfach ein kleiner, ein kleiner, ein richtig kleiner Knochenblowjob. Ficker, ey. Ficker, ey. Ficker, ey. Knochenblowjob. Ja, mega Zerstücke. Hab ich doch gesagt, ganz klar gewonnen. Ja, vielen Dank für Zuschauer und haut rein, ihr ganz klar und verdient gewonnen. Zumindest Hadi haben wir zerstückt. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja, Maul halten. Hadi war scheiße. Oh Gott, Hadi. Mann, Mann, Mann.